Wenn Engel jetzt Pech hat, verliert er die Position. Das sieht gut aus für den Frikadelli Porsche. Ja, was ich ja eben schon mal sagte, dass der Merk... Uah, seh das! Eieiei! Sander, ein Auto mit Reifenschaden, langsam unterwegs. Ich muss dir vorstellen, er kommt da mit 270 durch die Brücke, Antonis Buch und dann fährt er so ein langsames Auto, die man jetzt im letzten Moment erkennt. Ein Widerspann, das war knapp. Und jetzt seinen Wider! porter, schmerz, auf, wenn ich nicht. Dann haben wir Buch nicht in die Richtung, Schmerz, das war, wird jetzt nicht. Ich hatte keine trochę mehr Zeit, Ich würde, ich glaube, haben wir mal in die Richtung. Beideos auf, wo es in das Richtung. Was geht, oder? Beideos auf, wo es nach unten? Warum, wo es nach oben? Was ist ja noch nicht mehr, was ich drauf? Ich würde, dass du nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020